Ich wünschte, ich hätte eine große Kette von Bugspray gehabt. Ich glaube, wir müssen nur mit dem zu beschäftigen. Richtig. Das kriege ich, glaube ich, gerade noch so hin. Wenn ich das eigentlich eine halbe Stunde jetzt machen muss, dann ist mein Hand taub und mein Arm lahm. Alter Schwede. Danke. Danke. Oh, das riecht aber schon nach Kampf. Oh Gott. Es kommt so viele Sachen, die ich hier kriege. Oh Gott. Okay. Ich wusste, dass so ein Scheiß kommen muss. Over here! Ja! Scheiße. Scheiße. Nicht so viele Hunter. Äh. Fuck. Noch habe ich Mumie. Noch habe ich Mumie. Gleich nicht mehr. Äh, fuck. Äh, scheiße. Alter Schwede. Jetzt kommen wir in die Hunter-Action. Oh Gott. Oh Gott. Moment, die ganzen Sachen wieder entlickern, die war in Ordnung. Das, das lasse ich alles gerne mit mir machen. Das war auch nicht besonders schwer eigentlich. Oh Gott. Jetzt geht das Ganze nochmal los. Nee. Okay, das, das ist annehmbar. Ja, toll. Ich habe doch geschossen. Das ist glaube ich keine geile Idee, das Maschinengewehr, ne? Wieder mal. Die ist echt scheiße, die Maschinenpistole. Egal für welche, welche Gegnerart. Alter Schwede. Oh, da muss ich aber echt. Puh. Ich bin ja, äh, äh, bin nett, genau. Nett ist auch, hoffe ich doch jedenfalls. Nein, ich bin froh, dass die so einen netten Speicherpunkt da gerade haben hier. Okay, komm, nehmen wir das mit. Ich glaube, das hier, das irritiert mich total. Weil Sturmgewehr ist für mich normalerweise ein Maschinengewehr. Das ist gar nicht mal schlecht. Ja. Come on, ey. Ach, nee. Die Raptoren. Was mache ich hier unten überhaupt? Ja, ich auch. Geh doch doch mal rein. Durfte ich nicht. Ich wäre gerne da reingegangen, hätte mal nachgeguckt, was da so ist, aber... Ich durfte nicht. Links, rechts geradeaus. Oh, ich bin angespannt wie sonst was gerade, ey. Scheiße. Alter Schwede. Was denn du? Scheiße. Ah, da konnte ich nicht mehr. Und ich wollte die Granate schmeißen, mir hat das gerade so schnell nicht geklappt. Das ist echt gerade eine harte Ecke. Das muss ich sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass danach auch kein Boss mehr kommt, weil das ist echt schon hart. Okay, ich nehme das hier. Weil das ist echt gut. Das ist echt ein gutes Gewehr. Ja. Aber jetzt die Frage, ich glaube, ich verwende trotzdem erstmal das hier. Und schumme die gute Waffe für später auf. Nimm das doch mit. Das ist toll. Das habe ich das Gewehr nicht mal mitbekommen. Oh, Scheiße. Ja. Ach, falsche Knarre. Was ich jetzt esse. Hier möchte ich rein. Darf ich nicht. Verdammt, warum nicht? Okay, jetzt kamen drei einzelne. Gut, die kriege ich irgendwie. Ich habe jetzt ja noch, jetzt habe ich ja ganz gut Patron noch übrig für mein gutes Gewehr hier. Das war mein Ziel, dass ich das über, ja, über die Runden bringe. Und gleich, wenn ich da eine Stelle komme, wo so viele waren. Oh Gott. Dann werde ich die Granate schmeißen. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Jetzt kommt da einer. Den habe ich auch. Okay. Jetzt kam gleich noch einer von hinten angelatscht. Und dann kamen ganz viele, glaube ich. Ja. Und dann versuche ich, die Granate zu schmeißen. Es ist schnell! Ich musste nachladen. Und dann habe ich während der Nachladezeit die Granate geschmissen. Und wir sind durch? Oder wir sind durch? Oh, wir sind durch. Boah. Ja, das war wieder ganz schön knackig, muss ich sagen. Aber es macht Bock. Es macht richtig Bock. Puh, ist Rang C. Scheiße. Aber ich kriege immerhin drei Sterne. Geil. Und wir haben Bemerkungen zum Totengräber erhalten. Überhaupt. Bemerkungen zu Ivy. Der Name sagt mir irgendwie noch was. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Und Kapitel 3 ist freigeschaltet. Da wird bestimmt als Endboss dann ein Nemesis kommen. Ganz geil. Oh Gott. Da habe ich jetzt schon Panik vor. Und dann kommt vielleicht ja noch ein vieles Kapitel. Dann würde ich mich sehr freuen. Kann gut sein, dass da noch was kommt. Weil, wie gesagt, hier ist noch Platz. Da ist noch Platz. So, gucken wir ins Archiv. Da ist was Neues. Bemerkung zum Totengräber. Ein Gliedertier, das als Nebenwirkung des T-Virus zu enormer Größe mutiert ist. Es gräbt unter der Erde, bis es jemanden wittert. Dann rast es nach oben, bricht aus der Erde hervor und überwältigt die Beute. Also die Würmer praktisch. Die Würmer nennen sich Totengräber. Ja, okay. Der Totengräber sieht aus wie ein riesiger Wurm und wird bis zu 10 Meter lang. Seine kräftigen Kiefer können selbst Beton zermalmen. Und sein starkes Verdauungssystem wird mit in einem Stück verschluckten Menschen spielend fertig. Oh, schön. Echt himmlisch. Was haben wir da noch? Bemerkung zu Ivy. Was sind denn die Ivy? Die Daten zur Entwicklung dieser bioorganischen Waffe, Pflanze 43 genannt. Okay. 43? Aha. Stammen aus der Analyse der Pflanze 42, die in der Villa gefunden wurde. Wie Pflanze 42 saugt sie Blut, weist aber auch neue Eigenschaften auf. Sie bewegt sich eigenständig und greift Beute mit ihren beiden Rangfortsätzen. Habe ich überhaupt gerade gegen irgendeine Pflanze gekämpft? Bestiekt überhaupt nicht. Außerdem kann sie die Beute töten, indem sie aus ihrem blutähnlichen Kopf abstillt, Verdauungsenzyme spuckt. Sie bewegt sich nur langsam und schleppend, da dies durch hydraulische Kräfte geschieht. Ah ja. Oder habe ich gerade vielleicht in irgendeinen Bereich wieder übersprungen, den ich gerade nicht so auf dem Schirm habe? Noch was zu lesen? Ne, kein Kommentar mehr. Gut, dann trinke ich doch mal eben einen Schluck. Ich labere mich hier schon wieder fusselig. Hm. Ah. So. Wir haben drei Sterne. Wir könnten den Granatwerfer aufpimpen. Soll ich das mal machen? Finde ich eigentlich ganz geil. Das mache ich. So, und ich weiß jetzt ja, dass wir nun gegen Nemesis wahrscheinlich zum Schluss kämpfen werden. Soll ich den Raketenwerfer mitschleppen? Ich glaube, ich mache das nicht gut. Achso. Ich muss jetzt mal aufleveln hier. Dazu muss ich erstmal in die Kapitelauswahl gehen. Stimmt. Ja, wir speichern das ab. Und ja, dann kommen wir jetzt zum dritten Abschnitt, ne? Okay. Nehmen wir Jill, nehmen wir Carlos. Carlos hat das geile Gewehr, ne? Wir nehmen mal wieder Carlos. Wir haben das geile Gewehr dabei, denke ich. Und wir nehmen jetzt den Raketenwerfer mit. Okay, vier Schuss. Und die vier Schuss werde ich aufschonen, bis wir Nemesis begegnen. Ich hoffe, dass wir dann ein etwas leichteres Spiel haben gegen Nemesis. Weil der hat ja auch einen Raketenwerfer. Irgendwie muss ich ja gegen den anstinken, ne? Wird schon seinen Grund haben, dass wir im letzten Kapitel den Raketenwerfer bekommen haben. Durch einen unterirdischen Tunnel erreichen Jill und Carlos endlich die Polizeistation. Da sind wir jetzt immer noch nicht angekommen. Das ist eigentlich der Anfang des Spiels, normalerweise. Sie kletterten aufs Dach und warteten auf den Rettungshubschrauber. Bitte? Da ist aber sehr, sehr viel ausgelassen, wa? Aber etwas hatte sie dabei beobachtet. Ja. Nemesis. Stars. Mal gucken, ob das hier auch schreit. Alles klar, ich werde jetzt schnell gehen. Hör, am Tag wird diese Stadt von einem Missal getrennt. Sie werden die Stadt ausbauen? Wir haben nicht viel Zeit. Lass uns gehen. Es ist sehr, sehr zusammengefasst und gleichzeitig sehr, sehr ausgedehnt. Okay. Jetzt sind wir wieder im Polizeirevier. Das ist natürlich sehr geil. Das mag ich. Okay. Hier ist eine Menge los. Ähm. Ich habe jetzt mein Gewehr gar nicht versäumt. Das geht ja gut los. Oh, fuck. Ne, das lassen wir mal. Ja, hier sieht es aber auch nicht viel besser aus. Ja, also den Raketenwärter kann ich definitiv nicht nehmen, würde ich sagen. Ja, probiert. Oh, Gott. Das geht ja gut los. Ich könnte natürlich eine Granate schmeißen. Ich denke, das tue ich jetzt auch. Äh. Hatte ich eigentlich auch gemacht. So, oh, im Karton. So. Wenn das jetzt wirklich das letzte Kapitel im Spiel ist, ne, dann erwarte ich ja einiges. Was nun? Hat sie ihn schon wieder? Oh, der ist er schon. Das Stars klang richtig scheiße. Aber ehrlich. Da lag gerade... Ach, was? Wir müssen einen Weg finden, um ihn zu stoppen. Ich glaube, es ist nicht wichtig, wie viel Leid wir ihn haben. Na gut, ich kann nur drauf schießen, ne? Okay. Immerhin. Granatenwerfer-Munition lag da. Naja. Oh, da war was Textmäßiges. Die Textdatei hätte ich ganz gerne. Ja, dass der nicht tot ist, war ja klar, ne? Das Stars klingt richtig scheiße. Okay. Hey, was ist das Ding? Ich weiß nicht. Es sieht aus, dass er nach dir ist. Ich weiß nicht, wie ich. War das ein Zombie? Ich hatte zu tun, was wir vorher hatten. Wir müssen so weit weg von ihm bleiben, wie möglich. Er ist schon eine Art Zombie. Das kann man ja nicht abstreiten, aber... Oh, da war noch mehr. Scheiße. Da wird der statt nachladen. Oh, geil. Er ist im Hipspray. Dankeschön. Ach, Kröbel. Hi. Boah, aber ein bisschen übertrieben vielleicht, aber okay. So. Das ist ein Problem. Also, den werde ich nicht komplett gut kriegen. Man mag doch was. Scheiße. Okay. Zweites Mal haben wir ihn erledigt. Ich hätte vielleicht den Raketenwerfer noch nicht unbedingt verwerten sollen. Ich hoffe, dass da nicht zu viele von kommen, weil die möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt alle mit guten Waffen besiegen, weil die kriegt man relativ schnell tot, die Licker, in diesem Spiel zumindest. So, geht weg. Ja, leider hat er keinen Elektroschocker dabei, aber gut. Komm, jetzt geht weg da. Erledigt. So. Ich hätte ganz gerne noch ein paar Sachen gefunden. Habt ihr gesehen? Ich hab... ...vier Stück aufgesammelt. Sehr gut. Okay. Okay. Solange die Licker kommen, alles kein Problem. Die sind echt human, muss ich sagen. Da gibt's echt viel, viel schlimmere Gegner. Na gut, dafür haben wir Nemesis hier, ne? Das ist auch nicht so geil. Kommt er? Kommt er? Er kommt. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt schon wieder töten soll. Da lag doch wieder was. Grrr. Äh, genau. Der geht bestimmt vorbei. Genau. Ich schaffe es, wenn ihr anfangt zu kotzen. Oh, geil. Kann ich die Gasbrudel abschießen? Warum nicht? Ich hab das eigentlich gehofft gerade. Das war so meine Hoffnung. Schade. Aber der wird bestimmt nicht vorbeigegangen sein, oder? Oh, da ist noch ein gutes Kraut. Sehr geil. Sind sie echt großzügig gerade hier. Das ist schön. Na, der ist nicht weg. Okay. Treffen wir jetzt gleich noch mal Ada Wong? Falscher Teil. Das war ja bei Darkseid Chronicles der Fall. Oh, geil. Noch mehr Muni. Ich sag mal, das war jetzt wieder komisch. So. Also nicht komisch zum Tod lachen, sondern zu früh, ne? Okay. Was zum Lesen gefunden. Das ist schön. Es ist er. Dieser Mann wird nicht stoppen. Ich liebe seine Determination. Okay. Ich weiß nicht, wie es hier wird. Hat auch ganz gut geklappt. Vorhin. Okay. Okay. Das war mal ganz gut. Okay. Kontrollpunkt? Das wäre ja geil. Ne, leider noch nicht. Schade. Aber es läuft gerade einigermaßen gut, muss ich sagen. Ich hätte das jetzt viel, viel mehr Probleme erwartet. in der Hand. Okay. Du hast mir eine Tour später. Okay. Doch, Kontrollpunkt. Ja, geil. Das sind acht Minuten zwanzig. Huh. Das ist das dritte Kapitel, ne? Und, äh, wir sind in der Hälfte. Schon geil. Bin gespannt. Ich bin echt überrascht, dass ich jetzt hier einigermaßen gut zurechtkomme. Das ändert sich wahrscheinlich gleich. So. Ich höre ihn schon wieder, ey. Ne, das wird normal bezahlen. Das ist okay. Fuck, das war das falsche. Oh, das wollte ich nicht. Ich habe jetzt gerade einen Granatenwerfer-Schuss verschwendet. Okay. Ja, komm, ich würde die alle so erledigen hier. So geht's natürlich auch. Ein nachher an abfrühstücken hier. Na, komm. Hey. Oder ist das so gescriptet, dass das ab und zu nicht gehen darf? Verlassen wir jetzt echt durch diese Tür? Ne. Ich habe irgendwas Neues gesehen. Fuck. Fuck. Ah, fuck. Okay, noch eine Granate eingesammelt. Das ist auch nicht schlecht. Da war's. Ich habe irgendwas. Außer. Die nirgendwo. Das war's. Hey, hue. Aufschrauben! Vielen Dank.